Gölle, die schönste Stadt am Rhein. Bekannt für den FC, Gölsch, Garneval und natürlich den Dom. Für mich, Ritchie, waren all diese Kulturgüter der Stadt am 3. September 2023 gänzlich uninteressant. Denn ich war nach Köln gereist, um gemeinsam mit meinem Freund Tobi ein Versprechen einzulösen. Größenwahnsinnig, wie ich nun mal bin, hatte ich auf unserem eigentlich sehr radspurzentrierten Kanal angekündigt, 2023 einen Triathlon machen zu wollen. Also hier Vs1, Vs2, Wechselzone, Vs3, Kölner Dom. Was machen wir jetzt hier? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind heute endlich beim langersehenden Triathlon bei GCN auf Deutsch, beim Karglas-Köln-Triathlon, wie man im Hintergrund unschwer erkennen kann. Und hier werde ich morgen an den Start gehen. Mit tatkräftiger Unterstützung von Tobias Knaub. Ja, Fahrradfahren ist ja auch noch dabei und deswegen dachte ich mir, den Richard muss ich tatkräftig bei der ganzen Sache unterstützen. Genauso unterstützt hat mich die Firma Whoop. Die haben mir nämlich hier dieses Fitnessarmband zur Verfügung gestellt. Damit habe ich mich im Vorfeld auf den Triathlon vorbereitet. Da konnte damit die Belastungen von den einzelnen Disziplinen, vor allem vom Laufen und vom Schwimmen, von denen ich zugegebenermaßen wenig Ahnung habe, besser einschätzen. Konnte meine Erholung und meine Belastung so ein bisschen besser steuern. Und deswegen bedanken wir uns dann nochmal ganz herzlich dafür, dass ich mich hier morgen insgesamt 81 Kilometer auf dem Fahrrad quälen darf, 19 Kilometer laufen und dann noch 1,9 Kilometer schwimmen im Rhein. Aber das ist ja flussabwärts. Da kann ich mich eigentlich treiben lassen. Ja, ich hoffe, du kommst irgendwie aus der Strömung wieder Rauch. Beim Radfahren mache ich mir auch keine Gedanken und beim Laufen sowieso nicht. Da halten wir Händchen im Ziel. Ganz genau. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt noch ein paar Vorbereitungen machen. Nummern abholen und Rad einchecken. Auch wenn ich in meinem Leben schon ca. 500 Radrennen gefahren bin, muss ich zugeben, die Abläufe vor einem Triathlon waren ganz schön neu für mich. Also das ist mein Bändchen für die Wechselzone morgen, gell? Genau. Ja, doch, doch, doch. Mit viel Durchfragen und Hilfe von verschiedensten Personen konnte ich allerdings alle bürokratischen Hürden überspringen. Tobi und ich haben jetzt hier alles soweit sortiert. Ich habe mich für den ganz normalen Aero-Helm entschieden. Zeitfahrhelm ist mir irgendwie zu stressig. So schnell fahre ich eh kein Fahrrad. Rad ist beklebt mit Nummern, Beutel ist beklebt. Wir packen jetzt alles zusammen und dann können wir schon mit dem Rad drüber in die Wechselzone. Während alle um mich herum wohl wussten, was sie tun, habe ich einfach mal auf gut Glück alles abgelegt. Die paar Minuten in der Wechselzone, die gönne ich mir. Jan Frodeno hat bestimmt auch mal ganz klein angefangen. Das Rädchen, das lassen wir jetzt hier in der Wechselzone für morgen stehen, wo ich dann nach dem Schwimmen ankommen werde. Die Experten unter euch werden sehen, ich habe noch keine Gummis an den Schuhen. A, weil ich das noch nie geübt habe und B, weil wir die Gummis im Auto liegen lassen haben. Erleichtert und gut bewacht ließ sich dann mein Speedmax in der Wechselzone und machte mich ziemlich ausgehungert auf dem Weg ins Hotel. Dort sollte ich meinem Paartherapeuten Tobi dann noch ein paar Fragen beantworten. Gefühle und so. Wir haben jetzt noch gut zwölf Stunden vor dem Start des Schwimmens von deinem Triathlon. Wie fühlst du dich überhaupt vor deinem allerersten Triathlon? Ja, also eigentlich ganz gut. Ich habe heute Nacht zum ersten Mal 100% Schlafleistung gehabt. Neun Stunden 20 habe ich geschlafen. Das heißt, eigentlich muss es morgen laufen. Aufregung habe ich jetzt gar nicht so. Hast du nicht vor irgendwas Bammel? Ich meine, vielleicht sind es sogar vier Disziplinen mit dem Wechsel. Das kommt ja auch noch hinzu. Da kann man viele Fehler machen, habe ich gesehen im Reglement. Und die Kommissäre, die sind scharf. Ja, die wachen hier wirklich mit ganz, ganz scharfen Augen. Ja, also ich meine, das Schwimmen, da habe ich am meisten Respekt vor. Es geht auch in den Rhein runter. Aber zur Not hast du schon richtig gesagt, mache ich einen toten Mann und lasse mich dann einfach flussabwärts treiben. Das sollte dann schon irgendwie funktionieren. Ja, also du hast deine Vorbereitung jetzt schon mal ein bisschen angesprochen. Perfekt war sie nicht, aber wie lief sie dann überhaupt? Also hast du nochmal irgendwas spezifischer trainiert? Mehr laufen oder mehr schwimmen? Also ich würde sagen, dass ich seitdem wir da mit Patrick lange am Anfang des Jahres das Video gedreht hatten, dass ich da regelmäßig laufen gegangen bin, weil mir das auch einfach sowieso Spaß macht. Also da glaube ich, bin ich wirklich auf einem guten Weg. Ich bin sogar einen Halbmarathon gelaufen. Ja, und ansonsten muss ich halt sagen, das war halt auch ganz nice. Mit dem Whoop konntest du halt wirklich auch sehen, wie krass das eigentlich ist mit dieser Doppelbelastung. Also weil, keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren sind, da gehe ich ja abends nicht nur laufen. Da habe ich ja da Belastungen 800.000. Es ist gar nicht so einfach und Respekt an alle Leute, die das irgendwie miteinander vereinen. Morgen zählt es. Gibt es irgendwas, was du erreichen willst oder willst du einfach nur durchkommen? Ich würde ja sagen, du wärst in der Lage vielleicht die schnellste Radseite zu fahren. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, eine gute Gesamtzeit ist nicht möglich, weil ich die Wechsel auch einfach überhaupt nicht kann und langsam schwimmen werde. Aber ich möchte beim Radfahren eine gute Leistung bringen und beim Laufen. Und dass wir beide zusammen ein schönes Erlebnis haben, Tobias. Sturzfrei und disqualifikationsfrei durchzukommen. Dann bin ich gespannt auf morgen früh. Früh aufstehen, kleines Frühstück, wenn überhaupt. Und dann rein in den Neo. Dann rein in den Neo. Ich bin gespannt. Ich fühle mich nicht ganz so erholt. Die Wub-Daten stimmen auch damit überein. 33% Erholung war auch schon mal besser. Aber das habe ich in der Zeit gelernt. Also wenn man jetzt da mal einen Tag ein bisschen schlechter abgeschnitten hat, ist auch nicht so schlimm, solange das nicht zur Regelmäßigkeit wird. Gestärkt durch ein Schokokroissant machte ich mich mit über 500 Teilnehmern auf zum Deutzer Hafen, wo der Schwimmstart erfolgen sollte. Also, nichts wie rein in den Einteiler. Patrick Lange hatte mir ja am Anfang des Jahres beigebracht, wie rum man so ein Teil anzieht. So, neuer Versuch, gerade eben. Einteiler falsch rum angezogen. Beziehungsweise, nee, Neopren. Ich dachte, es sei ein Einteiler. Da sieht man auch, wie häufig ich sowas schon anhatte. Habe ich hier kurz vorm Event geliehen bekommen. Gleich geht's los. Unter mir sind die anderen Starter, sehen alle ganz schön professionell aus. Und mir ist noch was eingefallen. Und zwar, ich bin ja in Andernach am Rhein aufgewachsen. Meine Eltern haben mir immer gepredigt, nicht im Rhein schwimmen gehen. Boah, ein paar Jahre später stehst du hier. Machst dich bereit, in so einem Latex-Ding hier da reinzuspringen, freiwillig. So, als grande Finale, damit ich auch nicht zu professionell aussehe, habe ich mir hier noch eine rote Speedo drucken lassen. Mit Tobis Konterfeil drauf. G-Send auf Deutsch, represent. Mit breiter Brust und Tobi auf der Pobacke ging es dann mit vielen anderen Hobbytauchern auf ins Hafenbecken. So, wir sehen uns hoffentlich gleich am Ufer. Macht's gut, wünscht mir Glück. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das ist der Start des zweiten Tags Triathlon, heute hier in Köln. Alter, was zur Hölle war das denn? Mit dem Go explodierte das Hafenbecken um mich herum. Den dicken Onkel des Vordermanns im Mund und die Faust des Hintermanns im Oberschenkel, so schwimmt es sich bekanntlich am besten. Die ersten 400 Meter schwamm ich mit einer beeindruckenden Mixtechnik aus Brust und Kraul und muss dabei ausgesehen haben, wie bei der Seepferdchenprüfung. Weit abgeschlagen, aber dafür mittlerweile mit einer Art Kraul-Technik wurde ich aus dem Hafenbecken heraus von der Strömung des Rheins erfasst. Ich wusste, okay, ich bin saulangsam, aber ich werde hier ankommen und wenn ich mich dafür auf den Rücken legen und treiben lassen muss. Nach 31 Minuten war dann endlich Land in Sicht und ich konnte raus aus dem Wasser. Erstes Fazit, Rheinwasser schmeckt nicht. Ja, die ist special. Also, Schwimmen war schneller vorbei als gedacht, aber auch anstrengender als gedacht. Falls der Rhein jetzt ein bisschen mehr Pegel hat, das waren meine Tränen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass die Wasserqualität gestiegen sein soll. Ich habe nämlich einiges geschluckt, also hoffen wir mal, dass das, was den Flussforellen gut tut, auch mir gut tut. Ich gehe mich jetzt umziehen und dann geht es raus aufs Rad und ich glaube, das sollte besser laufen. Tschüss! Ja, gut, vielleicht hätte ich das Wechseln doch vorbereiten sollen. Fünf Minuten sind dann doch etwas lang, aber auf Position 394 habe ich mich dann doch mehr oder weniger grazil aufs Rad geschwungen. Jetzt konnte es losgehen. Endlich Radfahren. Die Luft war kühl, das Rad schnell und in der Kurve konnte ich richtig laufen lassen. So, die ersten fünf Kilometer sind geschafft. Es läuft bis jetzt ganz gut. Speed ist da. Jetzt beginnt die Aufholjagd. Trotzdem wollte ich es ruhig angehen lassen. Nicht mehr als 280 Watt. Schließlich musste ich noch ein Korn fürs Laufen überhaben. 25 Kilometer haben wir in der Tasche. Es läuft weiter gut. Ich kann so zwischen 280 und 300 Watt fahren. Und ja, bis jetzt macht es Spaß, aber ich vermisse den Windschatten. Auch nach circa der Hälfte der Kilometer hatte ich noch immer alles unter Kontrolle und wirklich viel Spaß. Essen und Trinken nicht vergessen, klein machen und nicht unter 40 kmh fahren. Nur beim Pacing war ich mir weiterhin unsicher. Ein Teil in mir wollte schneller fahren. Der andere, wohl vernünftigere Teil, hielt sich an meinen konservativen Pacingplan. Es ist angenehm warm, aber nicht zu warm. Die Beine drehen sich gut, Rücken schnickt ein bisschen, aber ist okay. Und ich kann die ganze Zeit meine angepeilte Wattzeit gut fahren und denke, dass ich gleich auch noch einen ordentlichen Lauf absolvieren kann. Letzte Runde. Ein 40er Schnitt. Ich hatte mich dazu entschlossen, doch ein bisschen schneller zu fahren. Geil. Ich war voll im Tunnel. Kurven, Überholmanöver und immer im dicksten Gang. Ich verstehe schon, warum die Leute Triathlon machen. Euphorisiert steuerte ich mittlerweile auf P85 liegend die Wechselzone an. Radfahrt war mega geil. Hat richtig Bock gemacht. Man konnte ordentlich überholen. Strecke ist gerollt. Ich glaube, ich habe meinen 40er Schnitt geschafft. Von daher alles super. Laufschuhe an und weiter geht's. Ritschi, boy! Na, johle. Alles klar? Das ist ja richtig geil, so ein Triathlon. Meint ihr, es gibt einen Preis für den langsamsten Wechsel? Helm ab. Zwei Geals. Nur mal nach vorne und auf geht's. Laufen nach dem Radfahren. Unprofessionellerweise hatte ich das gar nicht trainiert. Muss aber sagen, ich habe mich eigentlich gleich ganz gut gefühlt. Vielleicht auch deshalb, weil ich so viele von euch an und auch auf der Strecke getroffen habe. Nachdem ich mir durch die Anfangseuphorie dann doch erstmal ein bisschen Seitenstechen reingelaufen hatte, bewegten sich meine Storchenbeine immer schneller über die Laufstrecke. Die Kilometer flogen nur so an mir vorbei und das Finale des Triathlons begann mir richtig Laune zu machen. Sollte ich wohlmöglich doch noch unter die ersten 50 rennen? Ein bisschen Seitenstechen hat er, aber ich bin jetzt mal auf die grandiose Idee gekommen, auf den Live-Ticker zu gucken und dort ist er wirklich nicht schlecht vorbei. Die Hochrechnung sagt, dass er nach 3 Stunden 44 Minuten im Ziel ist und 25 Sekunden. Mal schauen, ob er noch zulegen kann. Aktuell ist er mit 3 Minuten 23 am Laufen über den Kilometer und auf dem Rad ist er ein 41er Schnitt gefahren. Das bedeutet, damit war er, ich glaube, 11 Schnellster. Also Radfahren kann er, jetzt muss er nur noch richtig schnell laufen. Ich hab mich gefangen. Keine Seitenstechen mehr. Pace läuft gut. Macht mir wieder Spaß. Auf den letzten Kilometern konnte ich nochmals richtig aufdrehen und mir ein paar der anderen Teilnehmer schnappen. An dieser Stelle meinen tiefsten Respekt an euch alle. Unfassbar, wie fit ihr Triathleten seid. Und apropos Triathleten. Auf den letzten Kilometern hab ich mich dann auch schon fast wie ein ganzer Triathlet gefühlt. Kein Wunder, denn ich konnte am Ende auf Platz 47 liegend, genau wie alle anderen Teilnehmer, den Einlauf über den roten Teppich in vollen Zügen genießen. 3,49. Das war hart, aber geil. Tobi hat brutal angefeuert. Übelst viele Leute am Streckenrand. Hammer. Köln ist geil. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Kölle ist geil. Wobei, doch, komm, wir holen Tobi nochmal vor die Kamera und lassen gemeinsam mit ihm den Renntag nochmals Revue passieren. Triathlon 73 geschafft. Wie ist dein erster Eindruck? Also mein erster Eindruck ist natürlich jetzt gerade so, wenn man frisch im Ziel ist, war mega geil, hat Bock gemacht. Ich muss allerdings sagen, ich hab so ein paar Emotionen durchgemacht. Also das Schwimmen war eigentlich echt eine komplette Katastrophe. Also wusste ich ja auch vorher, aber man denkt ja dann doch immer, vielleicht läuft es ja doch gar nicht so schlecht. Ich war mega abgeschlagen. Ich hab auch vor mir niemanden mehr gesehen. Du hast dir jeden bisschen drauf, was war ich gesamt nach dem Schwimmen? Ich muss ehrlich sein, beim Schwimmen konnte ich dich sehr gut identifizieren durch die rote Badehose, aber da kommen wir nochmal spätestens. Das kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Bei Schwimmen hast du 31 Minuten und 19 Sekunden gebraucht. Boah, das ist langsam. Du warst damit bei der Gesamtzeit 305. von 542 und in deiner Altersklasse 39. von 54. Ja, dann kam der erste Wechsel, bei dem ich mich natürlich auch gefilmt habe für euch, übelst und vorbereitet. Da habe ich dann nochmal richtig abperformed, oder? Ja, in deiner Altersklasse warst du einfach damit direkt letzter mit 5 Minuten 11. Gesamt warst du damit 507. Aber dann kam natürlich die Paradedisziplin. Über 80 Kilometer Radfahren waren das. Bist du in einer Stunde 58 und 42 Sekunden. Das bedeutet, ein perfekter 41er Schnitt. Ich habe mir die Zwischenzeit nochmal angeguckt. Eine Runde, ich glaube die letzte oder die dritte letzte, da bist du auch mal über 42 gefahren. Mit der Radzeit warst du insgesamt 30s Schnellster und in deiner Altersklasse 11er. Dann die Wechselzone hast du dich auf jeden Fall verbessert. Lass mich mal ganz kurz was zum Radfahren sagen, weil das finde ich nämlich total spannend, weil beim Radfahren ging es mir die ganze Zeit mega gut. Also ich bin da halt so ein Cruise-Control-Tempo gefahren, am Ende 275 Watt im Schnitt. Ich glaube, ich hätte auch deutlich schneller fahren können. Aber ich bin halt auch noch nie in meinem Leben so einen Koppellauf gelaufen und wusste auch nicht, okay, wie erschöpft darf man halt ins Ziel kommen, weißt du? Ich war auch verdatzt, dass ich viele Gruppen gesehen habe. Ich dachte, Windschattenfahren ist nicht erlaubt. Aber da war ein riesiges Pelleton, da dachte ich mir, heute rund um Köln, aber nicht so. Das hat mir übrigens brutal gefehlt, dieser direkte Konkurrenzgedanke, so jemanden vor die Karre fahren, mal einen Ellenbogen, Kopfstoß, gab es hier nicht so viel. Okay, wir kommen zum nächsten Wechsel nach dem Radfahren. 2 Minuten 34 hast du dich auf jeden Fall verbessert auf Platz 43 in deiner Altersklasse. Beim Lauf hast du die 16 schnellste Gesamtzeit gelaufen. Krass. Eine Stunde, elf Minuten und sechs Sekunden. Laufen hat mir auch brutal Spaß gemacht. Was war ich denn damit am Ende? Gesamtzeit war dann 3 Stunden 48 und 52 Sekunden. Ja. Gesamtergebnis 47 von 249 steht jetzt hier drin. Und in der Altersklasse warst du 14. von 50. Bin ich damit zufrieden. Also waren ja fast 500 Starter dann insgesamt. Ich glaube, ein paar sind noch nicht im Ziel. Hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. War geil, dass du am Streckenrad mit dabei warst. Hast mich immer gut angefeuert und gut mitgefilmt. Und dann kommen wir nochmal auf dieses rote Wunder hier zu sprechen. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen. Haben wir extra bedrucken lassen. Wir haben noch ein paar davon. Wir haben noch ein paar davon. Also falls jemand Interesse an so einer Badehose hier hat, könnt ihr euch gerne melden. Rad hat mega funktioniert. Ich habe mich wohl drauf gefühlt. Mir tun ein bisschen die Ellenbogen weh. Aber ich glaube, ich bin normal nach 80 Kilometern in so einer Zeitfahrposition. Der Anzug hat perfekt gehalten. Der hat mir schönen Auftrieb gegeben. Ich glaube, ansonsten hätte ich den Rhein leer gesoffen. Und ja, ich habe auch schon mal aufs Wub drauf geguckt. Das erste Mal 20,7 Belastung. Also fast beim Maximum mit 21. Ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt morgen und übermorgen so an Erholungswerten auf dem Wub draufsteht. Wie sehr man sich da mit einem eingeschenkt hat. Aktuell geht es mir noch ganz gut. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nochmal im Studio wieder zur Endauswertung. Auch mit Wub zusammen nochmal. Aber auch bis hierhin schon mal. Danke fürs Anschauen und auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen für den jungen Herrn. Auf jeden Fall. Wie versprochen folgt jetzt nochmal so eine kleine Auseinandersetzung mit meinen Erholungsdaten. Zwei Tage nach dem Triathlon. Den ersten Tag, also den Montag, den bin ich aufgewacht mit 52% Erholung nur. Also schon ganz schön gerädert. Kein Wunder nach der Belastung und den Erholungsdaten vom Event selber. Ja, 70% Schlafleistung und 2,8 Aufwachereignisse pro Stunde. Da sieht man, der Körper arbeitet, der ist beschäftigt und kommt am Ende nur auf 6 Stunden 40 Schlaf, obwohl 9 Stunden 30 Bedarf da gewesen wären. Der zweite Tag sieht dann auch nicht viel besser aus. Heute habe ich nur noch 39% Erholung. Liegt vermutlich auch daran, dass wir gestern mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurückgefahren sind. Also man sieht hier ganz deutlich, ja, zwei Tage danach, Körper überhaupt nicht erholt. Langfristige Auswirkungen von so einem Event. Man muss eben einfach mal eine Kohle rausnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich frage mich da wirklich, wie diese Erholungsdaten aussehen, wenn man eine Langdistanz in Angriff genommen hat. Wo ich das gerade so anspreche? Eigentlich müsste ich die doch auch noch machen, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf hättet. Dann würde ich noch einen einzigen weiteren Ausflug in den Triathlon machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich jetzt in die wohlverdiente Mittagspause und fahre heute vielleicht mal mit dem Zug nach Hause, damit ein bisschen Erholung an den Körper rankommt. Macht's gut. Ciao, ciao.